Aber er hat ja immerhin... So, Leute, ich wollte euch nur sagen, ne, die Aufnahme startet, Lead of Legends. Da freue ich mich wieder was sagen. Hallo, erstmal, ich bin der Lukas. Hört man uns? Ja, Lukas, man hört uns. Okay, ja, ich wollte ja nur sicher gehen. Kannst dir sicher sein. Also, es ist natürlich so, dass wir alle die Anfangsstufe gerade mehr oder weniger überschritten haben. Ja, weil ich hab den Charakter, den man eigentlich, den ich mir vielleicht eventuell irgendwann mal zum Schluss kaufen würde. Ja, jetzt schon später. Ich nicht weiß, wer er ist. Das heißt, du überspringst quasi jetzt die Einführungscharaktere und gehst gleich aufs Ganze. Ja. Das wird nicht leicht. Ne, glaube ich auch. Und weil ich kann dir darüber über den Charakter auch nicht viel sagen. Ne, ich spiel's. Du hast einen Armbrust am Arm. Die spielen auch eine sehr ungewöhnliche Kombo heute. Viele Pantheon Support. Macht man eigentlich nie. Aber ich hab mir gedacht, ich kann stunnen, ich kann poken. Ja. Und. Schlechter kann's nicht sein, würde ich sagen. Also mehr als dass wir jetzt einmal voll kassieren und verlieren. Ja. Wenn, ne? Passiert halt. Was soll man mal? Wir haben einen Imba-Jungler. Richtig. Der ist Stufe 24. Die anderen sind auch nicht üblich in der Regel. Genau. Das wäre übrigens der Max. Auch Locher genannt. Genau. Der blondeste auf dem Planeten. So, ich hole mir noch was zu trinken, ne? Das dauert ja eh noch eine halbe Stunde, bis der fertig ist. Nein, so lang dauert's nicht überhaupt. All die. Oh. Los geht's. Was waren noch immer die Gegner jetzt? Habe ich nicht gesehen. Da habe ich jetzt nicht. So, dann kaufen wir mal direkt unsere Gegenstände. Fohlen der Gegenstände. Ja, dann. Nimm dir. Nein, geh. Du hast da recht. Es ist eine Leiste. Oben. Ja. Mit einem Pfeil nach unten. Das kannst du auswählen. Geh dort auf Ash. Alles klar. Ich weiß noch, wo ist die Leiste bitte? Wo du sagst, ich soll da nach unten klicken. Ähm. Nicht unten. Oben. Alle Gegenstände? Ja. Da sind alle. Und dann daneben. Leiste mit... Titel von, ne? Ja, und du nimmst dir da die Sachen von Ash. Also, du brauchst dir nicht die empfohlenen Gegner. Okay. Du nimmst jetzt... Du kaufst es eigentlich so, wie du es dir gerade eben vorher eingestellt hast. Genau. Das Böse lauert hinter jeder Ecke. So. Ja. Jetzt ziehe das in der Position hier an. Ich weiß auch nicht, was ich skillen soll, aber ich skill. Oh. Jetzt ist meine Frage, ne? Wo ist mein Lein denn bitte? Unten. Da, wo ich stehe. Hier kannst du bewegen. So. Ich hab schon lange nicht mehr gespielt, ey. Ja, genau. Komm. Macht nichts. Ich bin ja da, um auf dich aufzufassen. Ja, richtig. Ausnahmsweise mal ich. Die Dunkelheit soll für mich nicht. Das wird sich in vielen Episoden vorher erst auch nicht ändern. Ja, wahrscheinlich. Okay. Ich weiß ja noch nicht, was Neues ist, ne? Die Gegend stellen nicht hiervon. Ja. Äh. Ding. Also Aufstellung, warum wir die uns hier aufstellen, ist einfach, damit mal hier diesen Weg jemand langkommt, um den Ding zu holen. Aber jetzt ist es eh schon vorbei. Wir können... ...unter und tag... ...kommen da auf eine... ...schuld, ey. Dein Ziel ist es, die Minions alle last zu hitten. Genau. Und ich bin nur da, die Gegner zu poken. Nein, du pokst nicht Gegner. Du schießt auf Minions und machst last Hits. Schieß auf Minions. Nach Möglichkeit. ...auf den Schwingen der Nacht. Das klautertum mir die ganzen Hits. Kann doch nicht wahr sein. Kein Problem, ich bin da. Ich weiß nicht, ob du einen Stun hast, aber ich hab jetzt keinen. Ja, du hast keinen. Deine Skillreihenfolge noch für Dekis Q, D, E. Du gehst die Q, dann die W, dann die Q, dann die E. Und dann die Q-Maxen, dann die W-Maxen, dann die E-Maxen. Die Q-W-W-E-E. So weit hab ich noch nicht gekriegt. Also lass uns... Wir bleiben ruhig hin. Sie sollen ruhig vor uns... ...ruschen. Hau drauf. Schieß auf sie. Habe ich. Egal. Ja. Wir kriegen das First Blood eventuell. Du, da komm ich ja mal runter. Vival hat er gut Damage bekommen, weil sonst wär er nicht ab. Oh, weh, weh. Ja, das passt schon. Machst du eh so. Hektisches Spiel. Soll ich das jetzt mal sagen? Ja, es ist ja. Das war die Wur-Fucks von Braven. Ja, das war die Wur-Fucks, ja. Ja, die... Nicht immer... Du kannst auch ein bisschen... Schau, du pusht zu sehr. Warte ein bisschen ab, bis sie Low-HP sind. Und dann mach den letzten Hit. Das ist viel effektiver. Ja, wir sind ganz schnell. Weil so, schau, jetzt sind wir... Jetzt sind wir zu schnell am Tower. Und das wollen wir nicht. Weil jetzt können wir selber ein Opfer von Ganks werden. Ich mein, ich halte zwar ein bisschen mehr aus als du. Aber wir wollen nicht gegankt werden. Zum Beispiel der obere Minion, auf den könntest du... Und nie stillstehen. Versuch immer zu flicken, herumzurennen, bis du einen Minion hast. Das schlimmste, ich weiß noch nicht mehr, was ich mir die Skits machen hätte. Das ist das Schlimmste eigentlich, weißt du? Ja, das ist das Dumme, weil ich es dir jetzt noch nicht sagen kann. Ja. Wo esch nicht. Und ich kann mir die Gnichtheit nicht durchlesen, weil... Es ist ja zu hektisch. Ja. Okay. Mit der Kuh machst du eine Hechtrolle. Das heißt, du machst ein Turz zu bauen. Und das verstärkt einfach den nächsten Autohit, den du machst. Der ist dadurch stärker. Ah, achso. Also muss ich erst Q drücken und dann den Gichtner angreifen. Gut, lass uns nicht... Genau, jetzt wartest du wieder, bis der Low HP hat. Nein, mehr Warte. Noch mehr Warte. Ah. Jetzt kannst du spielen. Äh, ist auch zu spät. Warte, war zu früh. Und das Wichtigste bei dem ist, du musst als Erste Warte sofort die Klinge des gestürzten Königs hören können. Ja. Das hört mich immer voll zur Seite. Ist das Draven? Wurfacht und Draven. Riven ist halt... Natürlich, schieß weiter. Du, die können uns nichts machen. Schieß, schieß. Du musst schießen. Schieß drauf. Die ganze Zeit. Hier hinten ist es egal. Ich stehe eh vor. Man muss die Schatten fürchten. Wir dürfen nicht so Low HP sein, dass sie uns Tunneln oder Tunneln leifen. Der Max ist eh schon oben. Hier ran. Probieren wir noch die Hühne. Ja, ich muss mal zurück. Aber ich überlebe es. Ja, ich überlebe es. Gut. Ich muss mal zurück ins Lager. So. Und dann kannst du mich ja nach dem Lager. Genau. Geh wieder zurück und spiel. Achso, Max ist eh noch da. So, abbrecht. Max ist eh noch da, das heißt... Komm, 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 komm. Wir haben noch die Besuch hier. Komm, 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 komm. Das ist ein Tunneln. In der Dunkelheit wird alles offenbar. Top-Plan, ja. also wir machen unseren job nicht so weit vor pushen sie sind zu zweit bald gleich riven kann aus dem buch statt kommen der ist nicht geworden mit es macht das rennt dort runter zu dem bus links also oben oben nach oben links genau da ein s und macht den wort rein hast du keinen doch dass dieses abwehrtot der das konnte er ahnen da jetzt ist wie wenn da der wäre ein sicherer kiel gewahrt man muss die schattwarte um den turm herum ist so rum und nicht erwartet ich gehe rum ich bringe den schnellen tot die spartos die ganze bin jetzt sind jetzt sollte da ja es ist was auf der riven ja ja Ich rieche schwarze Magie. Heels. Zurück. Geh zurück. Zurück. Wir sind wieder außer Gefahr. Vater Max kommt. Fahrt noch. Jetzt. Ja. Ja, war eigentlich schlecht, aber war doch scheiße. Haben sie nicht gekriegt? Verdammt. Ne. Leider nicht. Er hatte nicht mehr viel, ey. Ja, ich hab keine Mana mehr. Dann kann ich mir direkt was kaufen, ist doch okay. So, was hat Max gesagt? Soll ich mir als erstes jetzt nächstes kaufen? Klinge des gestürzten Königs. Genau. Ach, ich bin ein Trottel. Schwerd. Zack. Revan hat jetzt Double-Buff vorgearbeitet. Okay, ist im Aufbau. Klinge des gestürzten Königs. Alles offenbart. Ein Verbündeter wurde gesehen. Warte mal, ich kann mir noch mal Schurke aufmachen. Auf Schurke. Aber du hast das eh richtig gespielt, Micha, das passt schon. Ja, das freut mich auch schon. Ich hab nur gedacht, dass sie vielleicht nach oben flüchten und ich meine Ulti genau auf sie draufkrieg, aber das hat in dem Fall natürlich wieder nicht funktioniert. Ja. Ja. Ja, es ist Pech und wenn einem dann genau die Mana ausgeht, wenn man schaut. Ja. Ja. Ist ein Fehler meinerseits. Ja, meine Ulti macht halt nur 8 Sekunden lang 25 Schaden. Ich sorgte ab, die Ulti. Ja. 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 Also wir lassen uns jetzt wieder ein bisschen Push. Ja. Aber ich muss halt dafür halt, das ist halt die Attacke, das ist halt ein paar Passivskill. Ja. 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 Ich hab jetzt auch einen Toten dabei, ne? Ja. Du kannst es in den Busch setzen, da, in den da. Ja. 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 Donk, Rage. so eine kleine sauch Riven hat ihre Ulti aktiviert, wegbleiben, weil sie das große Schwert hat aber sie hat ihren Ulti Schuss auch schon verhunzt das wird ruhig ein bisschen kommen, ist vollkommen egal, dem Tower kann er nicht sehr gut genau, ein bisschen zurückhalten wieder wir machen das eh super, so ich kann meine Ward hier reinsetzen sie werden versuchen vielleicht von hier oben anzugreifen um zu laufen ja ich weine das bei mir ja die hast du natürlich ausgenutzt, dass du nicht nach hinten gegangen bist ja aber das passt schon, wenn du wieder nen Ward hast, setzt du ihn da oben rein jo dauert noch ein bisschen boah die Maschine hat schon einen guten AOE Schaden das Böse lauert hinter jeder Ecke ja, schade hast du sie nicht? ne war schon echt hart war knapp hm hätt ich nen Schuss drauf gesetzt, wäre sie tot gewesen ja, das sind so die Kleinigkeiten du spielst den jetzt zum ersten Mal und ich muss ja auch sagen, jetzt attacken und so dass meine Dinge rauskommen und alles und dass es funktioniert ja aber das sind so Sachen mein Gott, das kann am Anfang nicht alles hinhauen wie ist dein Goldstand? äh 1085 ok wohin soll ich mein, 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 die missetzen? hier oben in den Busch ok wieder im Wasser, ja 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 schnell und jetzt auf den Turm hauen ok weg 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 wow wir haben den gut geblieben ey ich rieche schwarze Magie sofort hinter die Minions so können wir wieder ich komme her ich komme micha defensiv weiter jo eher hinten bleiben ok ok ich fälle das Urteil ich fälle das Urteil hast du ihn gekriegt? na du hast ihn du hast ihn klopp sie klopp sie klopp sie sie rennt jetzt hervor lass sie noch ein bisschen gehen der Max ist in der Nähe ich kann meine Ulti auf sie hauen ah das bringt ja nichts ganz klar wenn er neben steht kommt sie kommt sie kommt sie uns in den Busch kommt sie uns in den Busch ja das wär sehr gut der war schön ohne dass jemand großartig was verloren hat so jetzt hast du jetzt sicher viel Geld ich hab 1400 ja gut dann geh du dir jetzt ein Item kaufen und ich halte hier die Lane ok gut dann geh du dir jetzt ein Item kaufen auf den Schwingen der Nacht auf den Schwingen der Nacht so das habe ich jetzt brauchen wir die Dörche ok jetzt fehlt mir noch ein bisschen was dann habe ich die Klinge des gestürzten Königs dann habe ich die Klinge des gestürzten Königs habe ich schon fast zusammen soll ich die Laufschuhe verkaufen und die Beinschienen des Berserkers kaufen? ja die brauchst du unaufhaltbar ok hab die Beinschienen des Berserkers sei auf der Hut Max sehr gut dominierend idiot so wie die 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 die